Was ist das denn? Ist das eine Alarmanlage? Oder das Feuerwehrauto? Nein, es ist Baby Alexander. Hallo, Papa. Hallo, Schorsch. Hallo, Cousine Chloe. Hallo, zusammen. Hallo, Onkel Wutz. Hallo. Hallo, Tante Wutz. Du kennst unser Baby Alexander noch, oder, Peppa? Ja. Bleibt er für ein paar Tage hier? Nein, das braucht Alexander alles für einen Tag. Du kannst nirgends mehr hingehen ohne dieses ganze Baby-Zeugs. Hallo, Baby Alexander. Er spricht nicht, Peppa. Wenn er nicht spricht, woher wisst ihr denn dann, was er will? Wir schätzen. Ich schätze, er hat Hunger. Peppa, willst du mir helfen, Alexander zu füttern? Ja, gerne. Mittagessenszeit für Baby Alexander. Sieh mal, deine Cousine Peppa gibt dir heute den Brei, Alexander. Bitte schön, Baby. Bäh. Oh, hier, lecker. Bäh. Oh, er dreht immer seinen Kopf weg. Baby Alexander zu füttern ist ziemlich schwierig. Guck mal. Hier kommt ein Flugzeug an. Hui. Alexander mag's gern, wenn man spielt, dass der Löffel ein Flugzeug ist. Versuch du's nochmal, Peppa. Hier kommt ein Flugzeug an. Schönen den Mund auf und rein in die Garage. Hurra. Das war ein Flugzeug. Kannst du das schon sagen? Flugzeug. Ich sag dir doch, er spricht nicht. Er hat noch kein einziges Wort gesprochen. Peppa, weißt du noch, welches dein erstes Wort war? Nein. Das war Mama. Ich dachte, Peppas erstes Wort war Papa. Nein. Allo, Mädchen, im Takt mit mir. Und jetzt die Jungs. Madame Gazelle hat aus den Klatschen Musik gemacht. Und Stopp. Jetzt lernen wir mit unseren Instrumenten zusammen zu spielen. Die Eltern kommen, um ihre Kinder abzuholen. Ah, ihr kommt gerade richtig. Darf ich vorstellen? Das ist unser Schakalaka-Bumm-Orchester. Hurra. Kinder, Achtung, fertig, los. Bravo. Möchte vielleicht einer meiner alten Schüler auch noch mitmachen? Sucht eure Instrumente, Kinder. Ja, Madame Gazelle. Madame Gazelle war schon die Lehrerin von allen Mamas und Papas, als die noch klein waren. Das ist ziemlich schwer, Papa. Aber ich zeig dir, wie's geht. Mal sehen, ob ich es richtig verstanden habe. Papa, du kannst ja richtig trommeln. Ja, ich bin so eine Art Experte fürs Trommeln. Sehr schönes Schakalaka-Bumm. Und jetzt ein Lied. Mein Papa ist spitze beim Schakalaka-Bumm. Ihr faltet das Papier in der Mitte. Dann knickt ihr oben die Ecken um und das gleiche nochmal, damit es eine Spitze gibt. Jetzt faltet ihr die Seiten zurück. Guckt so. Und fertig ist der Papierflieger. Jetzt probieren wir mal, ob sie auch fliegen. Achtung, fertig, los. Oh. Der Papierflieger von Mama Wutz landet in einem Baum. Ich bin dran. Hui. Der Papierflieger von Peppa landet in einem Blumentopf. Du bist dran, Schorsch. Hui. Der Papierflieger von Schorsch macht einen Looping und landet im Ententeich. Haha. Und jetzt machen wir ein ganz großes Flugzeug. Dafür brauchen wir aber auch ein ganz großes Blatt Papier. Hier ist ein großes Blatt blaues Papier. Peppa und Schorsch haben einen großen blauen Papierflieger gebastelt. Papa Wutz. Hallo zusammen. Musst du heute nicht arbeiten? Doch. Aber ich brauche noch ein paar ganz wichtige Arbeitspapiere. Papa. Papa, wir basteln Papierflieger. Und wir haben einen richtig großen gemacht. Boah. Fantastisch. Den wirft am besten jemand, der groß und stark ist. Achtung. Fertig. Los. Der große blaue Papierflieger fliegt sehr hoch und sehr weit. Der fliegt ja immer weiter. Wiedersehen, Flieger. Haha. Wiedersehen. So. Jetzt muss ich aber meine wichtigen Arbeitspapiere finden. Hat einer von euch irgendwelche Papiere gesehen? Ähm. Ähm. Am besten kommst du mal mit. Ist das eins von deinen wichtigen Papieren? Ja. Das ist eins davon. Opa Kleff führt seinen Abschleppwagen vor. Was? Wollt ihr mal das Signal von meinem Abschleppwagen hören? Frau Locke führt das Feuerwehrauto vor. Mäh. Das ist das Signal vom Feuerwehrauto. Und Frau Mümmel führt ihren Rettungshubschrauber vor. Und das ist das Signal, das mein Hubschrauber macht. Hubschrauber im Rückwärtsgang. Hubschrauber im Rückwärtsgang. Wui. Wollt ihr mal eine Runde mitfliegen? Ja, bitte. Na schön. Fützt rein. Oh weh. Kein Platz mehr für mich. Kein Problem. Ich guck von hier unten. Papa Wutz mag lieber nicht so hoch oben sein. Juhu. Der Hubschrauber geht in die Luft. Ja, er fliegt gerade nach oben. Und gerade nach unten. Hui. Oh, er kann sogar Loopings fliegen. Hui. Armer Papa, er verpasst ja den ganzen Spaß. Ja, armer Papa. Einmal Eis, bitte. Mh, lecker. Wir könnten wieder landen, oder? Notalarm. Notalarm. Rettungshubschrauber, bitte kommen. Schon unterwegs. Ihr habt Glück. Wir haben einen Noteinsatz. Herr Bulle baggert die Straße auf. Mh, hallo, Frau Mümmel. Ich hab hier ein mächtig großes Eisenrohr wegzuheben. In Ordnung, Herr Bulle. Wie können Sie so ein mächtig großes Rohr heben? Mit meinem starken Magneten. Hurra! Und was machen Sie jetzt mit dem Rohr? Ähm, hab ich noch nicht überlegt. Ich weiß, ich lege es hier ab. Da findet man es dann leicht wieder. Und jetzt kann ich euch nach Hause bringen. Lasst mal sehen, habt ihr auch alle eure Turnsachen an. Pedro hat ein Superheldenkostüm an. Pedro, wo ist dein Turnzeug? Das ist zu Hause. Ich dachte doch, wir verkleiden uns heute. Mir nach, Kinder. Hier in der Turnhalle machen auch die Mamas und Papas Sport. Und haben viel Spaß dabei. Und, habt ihr alle Spaß? Ja, Madame Gazelle. Euer Turnlehrer für heute ist Opi Mümmel. Wo ist er? Hallo, Kinder. Seid ihr bereit für das Training? Ja, Opi Mümmel. Müssen wir das etwa auch machen? Nein, das ist nur was für große Sportler wie mich. Nichts für kleine Abenteurer wie euch. Wir sind keine Abenteurer. Ich mache Abenteurer aus euch. Aber du, du siehst ja aus wie ein Superheld. Ähm, ich tue nur so als ob. Nur so tun? Das ist gut. Also, zuerst aufwärmen. Alle Mann auf der Stelle rennen. Und mit den Armen fädeln. Jetzt strecken. Strecken. Und wackeln wie ein Pudding. Brr, 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 brr. Und stopp. So, jetzt sind wir alle warm. Jetzt können wir anfangen. Anfangen? Womit? Mit dem Abenteuer. Stellt euch vor, dieser Raum wäre ein gefährlicher Dschungel. Hier sieht's nicht aus wie im Dschungel. Wo sind die Bäume? Die müsst ihr euch vorstellen. Die Bäume, den Regen, den reißenden Fluss direkt vor euren Füßen. Euer erstes Abenteuer ist, auf diesem Balken den reißenden Fluss zu überqueren. Das ist einfach. Es ist dunkle Nacht und es ist sehr windig. Was? So war es jedenfalls bei mir. Schorsch spielt im Kinderzimmer mit seiner Rakete. Schorsch, ich lerne gerade, wie man pfeift. Man muss ein O mit seinem Mund machen und dann pusten. Macht nichts, Schorsch. Das ist nämlich fast unmöglich. Genauso wie mit den Ohren zu wackeln. Schorsch kann mit den Ohren wackeln. Pfeifen ist noch schwerer. Schorsch kann pfeifen. Oh. Was ist los, Peppa? Ich kann nicht pfeifen, aber alle anderen können das. Mach doch nichts. Ich backe gerade Plätzchen. Möchtest du den Löffel ablecken? Nein, danke, Mama. Ich möchte lieber bei Luzi locker anrufen. Na klar, Peppa. Guten Tag, Frau Wutz. Guten Tag, Frau Locke. Peppa möchte gern mit Luzi sprechen. Hallo, Luzi. Hallo, Peppa. Was machst du gerade? Ich lerne, wie man pfeift. Aber ich kriege es immer noch nicht hin. Hm, das klingt schwierig. Es ist unmöglich. Äh, kannst du pfeifen, Luzi? Nein. Oh, gut. Ich meine, es ist schade, dass du nicht pfeifen kannst. Aber gut, weil ich auch nicht pfeifen kann. Was ist pfeifen überhaupt? Man muss mit dem Mund ein O machen und dann pusten. Etwa so? Hallo, Peppa. Die Plätzchen sind fertig. Oh, lecker. Plätzchen. Die sind heiß. Puste lieber erst mal. Au. Willst du nicht auch ein Plätzchen, Peppa? Nein, danke, Mama. Ich glaube, ich gehe lieber nach draußen und habe mal eine Weile meine Ruhe. Aber wir machen doch trotzdem unseren Ausflug ans Meer, oder? Also, lasst uns erst mal nachsehen, wie hoch der Schnee ist. Oh, wo ist denn Papa hin? Da ist ein laufender Schneemann. Oh, mir ist kalt. Ein laufender, schnaufender Schneemann. Oh, das ist ja nur Papa. Armer Papa, komm, wir wärmen dich auf. Mama Wutz, Peppa und Schorsch rubbeln Papa Wutz mit Handtüchern wieder warm. Schon besser. Jetzt können wir endlich ans Meer fahren. Bei dem ganzen Schnee? Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Bus heute fährt. Oh. Da kommt Frau Mümmels Bus und hält vor Peppas Haus. Du meine Güte, wie haben Sie das geschafft bei dem ganzen Schnee? Mit meinem großen Schneepflug. Ein Schneepflug räumt den Schnee aus dem Weg. Hallihallo zusammen. Hallo, Peppa. Alle Freunde von Peppa fahren auch mit an den Strand. Nächster Halt, der Strand. Hurra. Herr Bulle und seine Freunde streuen die Straße. Das Streusalz taut den Schnee weg. Hallo, Herr Bulle. Oh, hallo, Frau Mümmel. Wir schuften schon die ganze Nacht. Und jetzt ist die Straße frei. Und zwar bis runter zum Strand. Das ist gut. Wir wollen nämlich an den Strand. Möchten Sie auch mitkommen? Nein, danke, Frau Mümmel. Wir haben noch mehr Straßen zu streuen. Wiedersehen, Herr Bulle. Tschüss und einen schönen Tag am Strand. Heute machen wir einen Ausflug an den Strand. Der Himmel ist blau und die Sonne ist heiß. Und da wollen wir große Burgen bauen aus dem Strand. Schwimmen, gehen und dann ein Eis. Endstation, wir sind da. Der Strand ist über und über mit Schnee bedeckt. Zoe, Pedro und Luisa verstecken sich hinter einem Zaun. Luzi und Emily verstecken sich hinter einem Busch. Neun, Zehn. Alles muss versteckt sein. Ich komme. Ich weiß, wo ihr seid. Oh. Oh. Pepper kann niemanden finden. Das gibt's doch überhaupt nicht. Freddy Fuchs kommt zum Spielen vorbei. Hallo, Freddy. Hallo, Pepper. Was machst du denn hier? Wir spielen alle verstecken. Ich muss suchen, aber ich kann keinen finden. Soll ich vielleicht mal für dich suchen? Du kannst es ja mal probieren, aber es ist unmöglich. Pass mal auf. Hab euch. Oh, hallo, Freddy. Aha. Da seid ihr. Oh. Buh. Oh. Freddy Fuchs hat alle gefunden. Wie hast du das bloß geschafft? Ich kann einfach gut rießen. Was hat denn Riechen damit zu tun, Freddy? Ganz einfach. Ich kann euch finden, weil ich euren Geruch erkenne. Ich habe keinen Geruch. Ich habe gestern Abend erst gebadet. Weiß ich doch. Du riechst nämlich fein. Oh. Ich könnte dich sogar mit geschlossenen Augen finden. Das will ich sehen. Finde Luzi mit geschlossenen Augen. Kein Problem. Versteck dich, Luzi. Eins, zwei, drei, vier, vier, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Alles muss versteckt sein. Jetzt komme ich. Freddy sucht mit geschlossenen Augen nach Luzi. Er schnuppert, wo Luzi überall entlang gelaufen ist. Um den Baum herum, hinter dem kleinen Busch und den Hügel wieder hinauf. Und alles nur mit meiner Nase. Du hast eine Supernase. Ja, das stimmt. Madame Gazelle, Peppa ist aufs Knie gefallen. Dein Knie ist nur aufgeschürft, Peppa. Madame Gazelle macht Peppas Knie zuerst sauber und dann klebt sie ein Pflaster drauf. Und ist es jetzt besser? Ja, danke schön. Also Kinder, ihr habt sicher schon bemerkt, dass Pedro Pony heute nicht da ist. Kommt er wieder zu spät? Nein, Luzi. Pedro ist im Krankenhaus. Oh. Und wir wollen ihn heute besuchen gehen. Das ist das Krankenhaus. Peppa und ihre Freunde machen einen Besuch bei Pedro Pony. Denkt daran, Kinder. Bleibt schön bei mir. Ich will nicht, dass jemand verloren geht. Ja, Madame Gazelle. Entschuldigen Sie, Herr Bulle. Wo geht es denn ihr zur Kinderstation? Treppe runter, zweimal durch die Tür. Rechts, links, rechts, den Flur entlang. Treppe rauf, dritter Gang rechts. Oh. Oder Sie fahren einfach mit dem Aufzug. Kinderstation. Pedro schläft bestimmt. Kranke Kinder müssen nämlich viel schlafen. Hallo zusammen. Hallo, Pedro. Warum schläfst du nicht? Du siehst auch gar nicht krank aus. Ich habe mir das Bein gebrochen. Und jetzt habe ich diesen Gipsverband. Boah. Der Gipsverband hilft, dass Pedros Bein wieder heilt. Ich habe mir am Knie weh getan und ich habe auch einen Verband. Boah. Wollt ihr etwas malen auf meinem Gipsverband? Oh ja. Alle Kinder malen etwas auf Pedros Gipsverband. Ich male einen Fussball. Und ich eine Blume. Mr. Kartoffel. Ein Piepmatz. Und ich eine Matschepfütze. Toll. Danke, Freunde. Jetzt darfst du auch auf meinen Pflaster malen. Gut. Ich male eine kleine Blume. Danke, Pedro. Mama, Papa, es ist Weihnachten. Äh, was? Es ist noch zu früh, Peppa. Geht und wünscht Oma und Opa fröhliche Weihnachten. Oma, Opa. Ah. Keine Panik. Alle Mann an Deck. Es ist Weihnachten. Es ist doch erst 3 Uhr morgens. Aber der Weihnachtsmann. Dürfen wir mal gucken, ob er schon da war? Ja. Ja, er war schon da. Hier, die Möhre, der Saft und der Kuchen sind weg. Da sind nur noch Krümel. Ja, der Weihnachtsmann mag guten Kuchen. Und unter dem Baum sind große Geschenke. Ich habe mir doch eine Puppe gewünscht. Dürfen wir sie jetzt auspacken? Wir packen die Geschenke erst nach dem Weihnachtsessen aus. Oh, lecker. Peppa und ihre Familie sitzen beim Weihnachtsessen. Hier sind Knallbonbons. Hey, da sind ja Papierhüte drin. Und Partytröten. Und Witze. Was läuft herum und ist orange? Keine Ahnung. Eine Wanderine. Mh, der Weihnachtspudding schmeckt sehr gut. Peppa und Schorsch haben mir dabei geholfen. Wir haben ganz viel gerührt. Hast du dir was gewünscht, Peppa? Ja, ich habe mir gewünscht. Nicht verraten. Und jetzt die Bescherung. Yippie. Dieses hier ist für Schorsch. Es ist eine Auto-Einwand. Das sieht aber kompliziert aus. Wollen wir mal sehen. Das gehört nach hier und das gehört nach da und das gehört hierhin. Auf geht's. Achtung. Fertig. Los. Opa und Papa Wutz lieben es, Autorennen zu fahren. Ist das nicht Schorschs Geschenk? Ich glaube, Schorsch ist glücklich mit seiner Giste. Das ist gut. Also los, Kinder. Und schon geht die Jagd los nach Opa Wutz' Schokoladeneiern. Hast du Zeit für eine Tasse Tee, Opa Wutz? Oh, ja. Die Kinder brauchen ewig, um die Eier zu finden. Ich habe sie nämlich sehr gut versteckt. Hier ist ein Ei. Peppa hat ein Schokoladenei gefunden. In einem Blumentopf. Hier ist noch ein Ei. Luisa Löffel hat auch ein Schokoladenei gefunden. Unter den Blättern von einem Busch. Hurra, ein Ei für mich. Emily Elefant hat noch ein Schokoladenei gefunden. In den Ästen eines Baums. Ich glaube, ich rieche Schokolade. Freddy Fuchs hat eine sehr feine Spürnase. Freddy Fuchs hat ein Schokoladenei gefunden. Mitten in der Vogeltränke. Opa, Opa, wir haben die Eier gefunden. Das hat Spaß gemacht. Aber es war ein bisschen einfach. Für die Kleinen war es nicht einfach. Schorsch, Linus und Edmund haben keine Schokoladeneier gefunden. Ich frage mich, wo die anderen Eier wohl sind. Schokoei. Oh, Edmund. Mir scheint, als ob da irgendwas hinter deinem Ohr steckt. Jetzt hat jeder ein Schokoladenei gefunden. Und was machen wir jetzt damit, Opa Wutz? Ihr esst sie natürlich auf. Hallo, Kinder. Oma, Oma, wir haben alle Schokoladeneier. Aber wo denn? Ich sehe kein einziges Ei. Die sind schon in unserem Bauch. Und in euren Gesichtern. Seht ihr wohl, das Fliegen ist wichtig für Hini, damit er in Form bleibt. Wer kann mir nur sagen, was Hini noch braucht, um fit und gesund zu bleiben? Er muss was essen. Ja. Er muss was trinken. Das stimmt. Er muss auch ein bisschen atmen. Ja, sehr gut. Er muss auch schlafen. Ausgezeichnet. Entschuldigung, Madame Gazelle. Ich habe verschlafen. Oh, Pedro. Du schläfst wirklich gern. Ja, Madame Gazelle. Ich habe hier ein Haustier, das schläft auch gerne. Das ist eine Schildkröte. Das ist Knirpsi, die Schildkröte. Hallo, Knirpsi. Knirpsi hat den ganzen Winter hindurch fest geschlafen. Oh. Wozu hat sie dieses Schalendings da auf dem Rücken? Diese Schale ist ihr Zuhause. Da versteckt sie sich, wenn sie Angst hat. Magst du die denn wohl mal streicheln? Ja, bitte. Hab keine Angst, Knirpsi. Wie alt ist Knirpsi? Knirpsi ist 33. Das ist so alt wie meine Mama. Und manche Schildkröten werden über 100 Jahre alt. Das ist so alt wie mein Opa. Warum ist sie so langsam? Sie muss ihr ganzes Haus mit sich rumschleppen. Ähm, Doktor Hamster? Ich glaube, Knirpsi will gerade weglaufen. Die kommt nicht weit. Dafür ist sie zu langsam. Knirpsi, ich habe noch jemanden, den ich euch zeigen will. Dinosaurier. Ach, Schorsch. Du sagst aber auch immer Dinosaurier. Oh, das ist ein Dinosaurier. Oh. Das ist kein Dinosaurier. Das ist Ella, die Eidechse. Hallo, Ella. Die hat Schuppen wie ein Drache. Kann sie auch Feuer spucken? Nein. Aber sie hat eine sehr, sehr lange Zunge. Also das nenne ich mal einen Brombeerstrauch. Dieser Strauch stand hier schon, als ich noch ein kleines Schweinchen war. Dieses wuchernde Unkraut. Ich hätte es schon vor Jahren ausgraben sollen. Opa, warum magst du den Strauch denn nicht? Ich mag einfach nicht, wie er mich anguckt. Dummer Opa, das ist doch nur ein harmloser Strauch. Indem es von Brombeeren nur so wimmelt. Schorsch hat ein paar große, saftige Brombeeren entdeckt. Vorsicht, Schorsch. Sonst verhedderst du dich noch. Mit dem Stock hier komme ich auch an die schwierigen Bären dran. Schlauer Opa. Aber die besten Bären wachsen hier ganz, ganz oben. Darum habe ich mir die Leiter mitgebracht. Lehn dich nicht zu weit vor, Mama Wutz. Keine Sorge. In diesem Brombeerstrauch bin ich schon als kleine Schweinchen rumgeklettert. Äh, ja, aber du bist kein kleines Schweinchen mehr. Ich weiß schon, was ich tue. Oh weh, Mama Wutz ist in den Brombeerstrauch gefallen. Mama, kommst du da raus? Äh, nein, ich hänge fest. Du bist gefangen in einem Dornenbusch. Genau wie Dornröschen. Was? Es war einmal eine Prinzessin. Die hieß Dornröschen. Eines Tages schlief sie in einem Dornenbusch ein. Und dort blieb sie 100 Jahre lang. Ja, eine wirklich schöne Geschichte, Peppa. Da kommt Luzi Locke. Hallo, Peppa. Hallo, Luzi. Meine Mama steckt in einem Brombeerstrauch fest. Und da bleibt sie jetzt für 100 Jahre. Genau wie Dornröschen. Und dann wird sie gerettet von einem hübschen Prinzen. Der gibt ihr einen Kuss. Meine Mama erlebt gerade ein Abenteuer. Ich wünschte, meine Mama würde auch solche Abenteuer erleben. Könnte sich mal jemand drum kümmern, mich hier wieder rauszuholen? Mach dir keine Sorgen, Mama. In 100 Jahren kommt ein hübscher Prinz und rettet dich. Hatte ich nicht mal ein Buch über Uhren? Ah, da ist es ja. Alles über Uhren. Opa Wutz hat die Kuckucksuhr repariert. Hurra! Kuckuck, 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 Kuckuck. Mama Wutz kommt, um Peppa und Schorsch abzuholen. Mama, Opa hat uns die Kuckucksuhr repariert. Wie schön. Was ist das? Das ist mein alter Computer. Den kann ich nicht reparieren. Er ist nicht kaputt. Ich habe einen neuen und ich dachte, du möchtest vielleicht den alten. Ähm, ich weiß wirklich nicht, ob ich überhaupt einen brauche. Oh, ein Computer. Und was macht man damit? Mit dem kann man Buchstaben schreiben. Guck mal, Oma. A, B, C, D. Und Zahlen. Eins, zwei, drei. Aber nicht, dass wir ihn kaputt machen, wenn wir einen falschen Knopf drücken. Keine Sorge, der geht nicht kaputt. Du darfst ihn nur nicht mit Milch füttern. Oder mit Keksen. Oder Marmelade. Aber das Beste ist dieses Spiel hier. Das lustige Hühnchen. Wenn du hier drauf drückst, legt das Hühnchen ein Ei. Ich bin sehr gut in dem Spiel. Aber Schorsch ist der Beste. Das ist lustig. Vielleicht behalten wir den Computer ja mal hier, Oma Wutz. Wiedersehen. Wiedersehen. Sollen wir ein bisschen mit dem Computer arbeiten, Oma Wutz? Ja. Komm, wir machen Zahlen und Buchstaben. Ich mache die Teekanne. Und wir machen die Tassen. So, jetzt kriegt Herr Affe seinen Tee. Oh, diese Kanne ist viel zu weich. Ein Teegeschirr sollte nicht weich sein. Meine Mama macht richtiges Geschirr. Sie hat eine Töpferei. Oh. Mama, können wir ein richtiges Teegeschirr machen, bitte? Mit Teetassen. Und einer Teekanne. Wo wir richtig Wasser reintun können. Na klar, kommt mal mit. Das ist die Töpferei von Frau Zebra. Also machen wir ein Teegeschirr. Was ist das? Ton. So fängt man immer an beim Töpfern. Aber der ist genauso weich wie Knete. Der Ton muss weich sein, dann können wir ihn formen. Aber später ist er nicht mehr so weich. Oh. Frau Zebra formt auf der Töpferscheibe eine kleine Tasse. Fertig. Eine Tasse. Boah. Ich glaube, das geht ganz einfach. Willst du es mal versuchen? Ja, bitte. Das ist ganz glitschig. Ah, so geht das nicht. Es ist gar nicht so einfach, auf einer Töpferscheibe eine Tasse zu formen. Eine Tasse kann man auch einfacher machen. Zuerst rollen wir den Ton zu einer langen Wurst. Etwa so. Sieht aus wie ein Wabbelwurm. Ich bin ein Wirbelwurm. Ich bin ein Wabbelwurm. Ich wabbel so rum. Was soll ich sonst tun? Ich bin ein Wobbelwurm. Wir wickeln ihn rundherum und rundherum. Das wird aber ganz wellig. Dann mache ich ihn schön glatt mit meinen Händen. Und ich mache einen Henkel dran. Das ist eine Tasse. Jetzt haben wir zwei Tassen. Der Regen hat alles überschwemmt. Unser Haus ist auf einer richtigen Insel. Matsche, Pfützen, ich komme schon. Hui. Ja. Oh. Wo kommt denn das ganze Wasser her? Wie kriegen wir bloß was zu essen? Ganz einfach. Papa schwimmt zum Supermarkt. Hihi. Äh. Oma und Opa Wutz kommen mit dem Boot vorbei. Ahoi, auch. Ein wunderbarer Tag zum Schippern. Ähm, ja. Wir schippern zum Supermarkt. Braucht ihr vielleicht irgendwas? Ja, bitte. Wir brauchen dringend Tomaten und Spaghetti. Tomaten und Spaghetti? Polly Piepmatz plappert alles nach, was jemand sagt. Polly ist unser Einkaufszettel. Bist du ein kluger Papagei? Ah, bist du ein kluger Papagei? Dürfen wir auch mit, bitte? Kommt an Bord. Hihihihi. Guck mal, da ist Luzi Lackes Haus. Wir schippern zum Supermarkt. Braucht ihr vielleicht irgendwas? Mama, brauchen wir irgendwas vom Supermarkt? Ja, wir brauchen was zum Abendessen. Schokolade, bitte. Ah, Schokolade! Hallo, Klausi. Hallo, Pepper. Ich helfe gerade meinen Opa. Wir retten Leute vor dem Wasser. Großartiges Wetter für sowas. Braucht ihr irgendwas vom Supermarkt? Ähm, vielleicht eine Zeitung für mich. Für mich ein Comic. Zeitung, Comic! Schokolade, Musik! Chloe! Chloe! Hey, ihr. Das hier sind meine Freunde. Elmar Arjon und Belinda Bär. Ihr könnt mich L nennen. Abkürzung für Elmar. Und ich bin Bell. Abkürzung von Belinda. Ich bin Pepper. Wir nennen dich Pep. Oh, und das ist Schorsch. Wir nennen dich Sch. Du hast uns gar nicht erzählt, dass du Baby-Cousins hast, Chloe. Ich bin doch kein Baby. Aber ihr seid beide klein. Ich bin ein großes Mädchen. Schorsch ist klein. Ähm, wollen wir euch zusammen was spielen? Ja, komm, wir spielen Verstecken. Wir spielen doch keine Baby-Spiele mehr. Wir sind fast erwachsen. Wie wär's mit dem Ja-Nein-Spiel? Wie geht das Ja-Nein-Spiel? Ich frage dich was und du antwortest. Und wo ist dabei das Spiel? Du darfst nie sagen, Ja oder Nein. Baby, einfach. Also sollen wir anfangen? Ja. Haha, du hast Ja gesagt. Das ist nicht fair. Ich war noch nicht so weit. Belle, bist du so weit? Ja. Haha, schon wieder gewonnen. Peppa ist sehr gut beim Ja-Nein-Spiel. Darf ich jetzt mal die Fragen stellen? Natürlich. Es macht dir nichts aus, wenn ich die Fragen stelle. Macht mir nichts aus. Sagst du überhaupt irgendwann noch mal Ja oder Nein? Das glaube ich kaum. Ich geb auf. Wie kannst du nur immer gewinnen? Ist doch leicht. Ich sage einfach nie Ja oder Nein. Ha, gewonnen. Du hast Ja und Nein gesagt. Das war lustig. Machen wir noch ein Spiel? Habt ihr schon mal Sardinen gespielt? Was ist das? Einer versteckt sich und die anderen müssen ihn suchen. Hört sich genauso an wie Versteckenspiel. Mama, kann ich bitte ein paar Kekse für meine Freunde haben? Natürlich. Nimm sie dir. Danke, Mama. Luzi-Locke kommt mit den Keksen zurück. Hurra! Pssst! Hurra! Hat dich irgendjemand gesehen? Nein. Also nur ein Erwachsener. Achtung. Möchtet ihr vielleicht einen Saft trinken zu euren Keksen? Welche Kekse? Die Kekse, die ich dir gerade gegeben habe. Oh, Luzi! Was ist denn passiert? Wir haben einen Geheimclub und da machen wir geheime Sachen. Und Luzi hatte eine Geheimmission. Oh, darf ich bitte auch in euren Geheimclub? Bitte! Ich wollte schon immer in einem Geheimclub sein. Da wird man nicht so einfach aufgenommen. Sie müssen erst das Geheimwort sagen. Und welches? Pixenadelnudel. Pixenadelnudel? Sie sind drin. Alles klar. Und was kommt jetzt? Pasch auf! Da kommt Papa Wutz. Sie reden mit meinem Papa. Aber verrat ihn ja nichts von unserem Geheimclub. Hallo! Oh, Frau Locke, da sind sie ja. Wie steht's? Äh, 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 Geheimclub! Oh nein! Oh, ich wollte schon immer in einen Geheimclub. Darf ich mitmachen, bitte? Das geht nicht, Papa. Du bist doch schon erwachsen. Äh, meine Mama ist auch erwachsen. Aber zuerst sagst du uns das geheime Wort. Welches? Papa Didel-Dudel-Damm. Papa Didel-Dudel-Damm? Du bist drin. Und was mach ich jetzt? Achtung! Da kommt Mama Wutz. Du verfolgst Mama. Aber ganz geheim. Papa Wutz? Ah, hallo Mama Wutz. Was machst du denn da in dem Busch? Ähm, ähm, Geheimclub? Oh! Ahoi auch, Papa Wutz! Herrlicher Tag zum Schippern! Ähm, ja, ahoi auch! Ich bringe mein Boot heute mal in die Werft. Zeit für ein paar Reparaturen. Äh, könntest du vielleicht mein Boot auch mitnehmen zur Werft, bitte? Natürlich! Wo ist denn dein Boot? Ähm, ich stehe grad drauf. Oh, ho, ho! Ist es gesunken? Äh, tja, wie man's nimmt. Ich wundere mich, dass es nicht schon vor langer Zeit gesunken ist. Was? Das ist ein besseres Boot als dein alter Rosteimer-Damm. Opa Clef und Opa Wutz sind die allerbesten Freunde. Fang auf, Käpt'n! Ei, ei, Skipper! Opa Clefs Abschleppwagen hebt das Boot von Opa Wutz aus dem Wasser. Boah! Nächster Halt, Bootswerft! Was ist eine Bootswerft? In einer Bootswerft werden kaputte Boote repariert, Peppa. Das ist die Bootswerft von Opi Mümmel. Ahoi auch, ihr Landratten! Ahoi auch, Opi Mümmel! Oho, was ist denn mit deinem Boot passiert, Opa Wutz? Ähm, jemand hat damit einen Anlegepfahl gerammt. Es hat gekracht und ein großes Loch gemacht. Da! Du weißt doch, man sollte nie andere Leute ans Steuer lassen, Opa Wutz. Ähm, ja, kriegst du's wieder flott? Natürlich! Ich muss den Schaden grad mal ausmessen. Opi Mümmel misst das Loch im Boot von Opa Wutz. Jetzt muss ich nur noch was zum Flicken finden. Toll, wenn man einfach so ein Boot reparieren kann. Oho, das dauert Jahre, bis man sowas gelernt hat. Und wie lange reparierst du schon, Boote? Jahre. Ho, ho, ho! Hallo, alle zusammen! Hallo, Weihnachtsmann! Wart ihr denn alle brav? Ja! Habt ihr immer eure Zimmer schön aufgeräumt? Ja! Und du? Ho, ho, ho! Natürlich! Na, dann sagt mal, was ihr euch zu Weihnachten wünscht. Ich möchte einen Fußball, bitte. Ein Zylophon. Ein Hündchenspiel. Einen Zauberkasten, bitte. Rennauto. Ein Hüpfball. Boing, boing. Einen Zug, bitte. Spielzeugzug. Kein Spielzeugzug, ein richtiger Zug. Den ich richtig fahren kann. Mit richtigen Passagieren. Ho, ho, mal sehen, was ich tun kann. Waren das denn alle? Wir waren noch nicht dran. Entschuldigung. Wie heißt du denn? Ich bin Peppa Wutz. Wir kennen uns doch schon. Ah, ja. Schön, dich wiederzusehen, Peppa. Was wünschst du dir zu Weihnachten? Ich möchte gerne eine Puppe, die läuft und spricht und die ihre Augen zumacht, wenn sie schlafen geht. Bitte. Ähm, für mich dasselbe, bitte. Ja, sehr schön. Du weißt doch hoffentlich noch, wo ich wohne, oder? Oh, ja. Wie alt bist du? Ho, ho. Ich bin viele hundert Jahre alt. Ich wusste es doch. Hi, hi, hi. Wiedersehen, Weihnachtsmann. Vergesst nicht, mir etwas Kuchen hinzustellen. Und einen Saft. Wissen wir schon. Und Möhren für die Rentiere. Ho, ho, ho. Peppa und ihre Familie fahren vom Weihnachtsmarkt zurück. Papa, warum haben wir denn so viel Gepäck dabei? Wir sind Weihnachten bei Opa und Oma Wutz zu Besuch. Aber dann weiß der Weihnachtsmann nicht, wo wir sind. Keine Sorge, Peppa. Der Weihnachtsmann weiß immer alles. Papa Wutz, dein Rekord wurde gebrochen. Alle wollen, dass sie wieder Champion sind. Es ist wichtig. Wirklich? Ja. Okay, dann mache ich es. Gleich morgen. Hurra. Aber ich muss das Matschepfützen-Spring erst mal wieder trainieren. Das weiß doch jeder, wie man in Matschepfützen springt, Papa. Ja, aber nicht jeder ist ein Champion, Peppa. Papa Wutz ist der Meister. Papa, musst du jetzt üben, wie man auf und ab springt? Nein, Peppa. Ich muss eins sein mit der Pfütze. Was? Um in die Pfütze zu springen, muss ich denken wie eine Pfütze. Musst du nicht auch Rennen üben? Nein. Musst du wenigstens Liegestütze machen? Nein. Ich muss schlafen und von Pfützen träumen. Der Tag des großen Matschepfützen-Springens ist gekommen. Papa Wutz trägt seinen Matschepfützen-Springanzug. Ich finde meine goldenen Glücksstiefel nicht. Die alten Stiefel habe ich Opa Wutz gegeben für den Garten. Meine goldenen Glücksstiefel für seine Gartenarbeit? Du hast doch neue. Das ist nicht dasselbe. Hallo? Opa, diese alten Stiefel, die ich dir gegeben habe. Ähm, ja? Papa braucht sie dringend wieder. Kannst du sie irgendwo finden? Ähm, ich habe sie gerade gegossen. Opa Wutz hat Tomaten gepflanzt in den Glücksstiefeln von Papa Wutz. Wir brauchen sie zum Matschepfützen-Springen heute. Klaro, wir treffen uns dort. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Alle sind gekommen, um Papa Wutz beim Matschepfützen-Springen zu sehen. Was ist da passiert? Freuen Sie sich nun auf den allseits beliebten Mr. Kartoffel! Hallo, Luzi! Hallo, Peppa! Hallo, Zoe! Hübsch siehst du heute aus. Dankeschön, Luzi! Das ist mein neues Kleid. Warum sagst du denn gar nichts, Peppa? Ja, warum sagst du denn gar nichts, Peppa? Das ist ein blödes Spiel! Was für ein Spiel macht ihr denn? Luzi sagt, ich bin ein Plappermaul und dass ich niemals still sein kann. Du bist ja auch gerade nicht besonders still, oder? Gut, ich werde niemals wieder ein einziges Wort sagen und zwar ab sofort! Hallo zusammen! Hallo, Klausi! Hallo, Klausi! Was ist denn mit Peppa los? Sie redet nicht mehr. Oh, wer mag eine Traube? Ich bitte! Ich bitte! Du darfst nicht mit dem Kopf nicken. Das ist schummeln. Und auch nicht blinzeln. Hallo zusammen! Hallo, Pedro! Stimmt was nicht mit Peppa? Sie redet nie wieder. Kein einziges Wort. Warum? Weil sie eben zu viel redet. Ich rede gar nicht so viel! Und überhaupt, du läufst doch immer so rum und sagst... Oh, seht mich an! Ich bin Luzi Locke! Hä? Na, was hab ich gesagt? Und wie du immer sprichst... Micky Micky Buu Ba Buu! So rede ich niemals! Aber schon ein bisschen ähnlich, Luzi. Du plapperst genauso viel wie ich! Ich kann ganz ruhig sein! Das ist nicht so einfach! Aber auch nicht so schwer, Peppa! Na gut, dann mach du's doch mal! Dann machen wir's alle! Wir zeigen es meiner Mama! Mama, wir sind jetzt alle ganz leise! Unheimlich leise! So leise, dass man einen Ball auf den Boden fallen hört! So leise wie eine Maus! Beeil dich ein bisschen, Linus! Mach einfach das Papier ab! Linus bekommt auch eine Medaille! Schorsch bekommt eine Medaille! Gib das Geschenk weiter! Oh je! Schorsch gibt das Geschenk nicht weiter! Nein, Schorsch! Das ist doch Susis Medaille! Es ist ein Riesen-Teddy! Edmund hat gewonnen! Mama, das Bananen-Geschenk ist fertig! Oh, wunderbar! Dann ist jetzt Zeit für Kuchen! Hurra! Oh weh! Die Helfer haben alle Plätze besetzt! Denkt dran, Kinder, das hier ist Edmunds Party! Die Helfer essen, wenn die Kleinen fertig sind! Oh ja! Wir sind ja die Helfer! Naft bitte! Naft bitte! Naft bitte! Naft bitte! Pudding bitte! Pudding, Pudding! Nochmal! Herzlichen Glückwunsch, Edmund! Herzlichen Glückwunsch, Edmund! Die Geburtstagsparty ist vorbei! Vielen Dank, meine Helfer! Ihr habt wirklich alle fleißig gearbeitet! Ja, es ist gar nicht so einfach, sich um kleine Kinder zu kümmern! Ich bin total fertig! Ich brauche erstmal Urlaub! Wie lange bist du schon hier? Seit Dienstag! Oh! Ich könnte Geschichten erzählen, wenn es euch interessiert! Nein, danke! Au ja! Also, da gibt es den Himmel und das Meer und ich lerne gerade Bencho! Soll ich euch was vorspielen? Nein, danke! Au ja! Als ich heute erwachte, war der Himmel noch da, genau wie das Meer. Himmel und Meer, Himmel und Meer! Hier ist der Käse! Oh, ich liebe Käse! Und ein neues Buch! Alles über Leuchttürme. Das könnte nützlich sein! Warum heißt dein Haus denn Leuchtturm? Ich zeig's dir, Pippa! Das Treppenhaus geht rundherum bis ganz in die Spitze des Leuchtturms. Rundherum, herum! Das Haus heißt Leuchtturm, weil es eine große Leuchte obendrauf hat. Wow! Sie leuchtet durch das Dunkel und zeigt den Seeleuten den Weg. Oh! Und wenn es neblig ist, nehm ich dieses Nebelhorn. Nebel! Ganz schön laut! Kein Nebel heute. Nur Himmel und Meer. Ich könnte euch Geschichten erzählen! Nein, danke! Wir müssen los! Wir fahren zur Pirateninsel! Wiedersehen, Hopi Mimmel! Genießt den Himmel und das Meer! Machen wir! Opa Clefs Boot ist auf der Pirateninsel gelandet. Seht mal! Unsere Sandböck ist noch da! Kommt, wir spielen Verstecken! Ich zähle! Eins, zwei, drei, vier... Es gibt nicht viele Verstecker auf der Pirateninsel. Seid ihr schon versteckt? Ich komme! Hab euch! Oh! Aber wo ist Schorsch? Opa Clef kann Schorsch nirgends finden. Ich gebe es auf! Wo ist er? Schorsch hat sich hinter Opa Clef versteckt. Kluger Schorsch! Frau Löffel, warum arbeitest du nicht? Ich arbeite, Luzi. Was glaubst du, wer sich um diese kleinen Hasen kümmert? Du machst das, Mama. Und es wäre mir eine große Hilfe, wenn ihr alle mal eure Spielsachen wegräumt, bevor noch jemand darüber fällt. Das wird meine Schwester sein. Guten Tag! Guten Tag, Frau Mimmel! Tante! Ich kann nicht lange bleiben. Ich habe nämlich jede Menge zu tun heute. Ich muss im Supermarkt die Kasse machen, am Eisstand verkaufen und den Bus fahren. Dann bis später, Schwester! Ja, Schwester! Ups! Frau Mimmel ist über ein Spielzeugauto gefallen. Oh weh, mein Knöchel! Ich kann ja zur Arbeit hüpfen, oh! Von wegen! Du bleibst hier und erholst dich. Aber ich habe so viel zur Arbeit. Ich werde deine Arbeit machen. Was ist zuerst dran? Der Supermarkt. Okay. Luisa, du kümmerst dich um deine Tante. Ja, Mama. Frau Löffel ist am Supermarkt angekommen. Zum Glück sind Sie da, Frau Mimmel. Frau Mimmel ist krank. Ich werde Ihre Arbeit machen. Sie sind nicht Frau Mimmel? Nein, ich bin Ihre Schwester, Frau Löffel. Muss ich hier sitzen? Äh, ja. Haben Sie schon mal an der Kasse gearbeitet? Nein. Was kostet das bitte? Oh, ich weiß nicht. Ich habe einen Gutschein. Haben Sie Rabattmarken? Kann ich mit Karte zahlen? Ähm. Luzi Locke hat ihr Krankenschwesterkostüm an. Keine Angst. Ich tue nur so als Krankenschwester. Strecken Sie Ihre Zunge raus und sagen Aaaaaaah. Aaaaaaah. Hier bei Luisa Löffel. Mit wem spreche ich bitte? Hier ist Frau Löffel. Ist alles in Ordnung? Ja. Gut, denn diese Arbeit hier dauert den ganzen Tag. Und was ist mit den anderen Arbeiten von Frau Mimmel? Wir brauchen einfach mehr Hilfe. Drei Uhren sind viel besser als eine. Papa, hast du eine Fahrradklingel für mich? Wie viele möchtest du, mein Sohn? Eigentlich brauche ich nur eine. Ich habe sie aber nur im Zweierpack. Freddy Fuchs hat jetzt zwei Fahrradklingeln. Super gut. Danke, Papa. Papa hat mir zwei Klingeln gegeben. Boah. Was hat dein Papa denn sonst noch in seinen Laster? Er hat darin einfach alles. Oh. Was sollen wir denn jetzt spielen? Wir machen ein Fahrradrennen. Mit einem großen glänzenden Pokal für den Gewinner. Aber woher kriegen wir so einen Pokal? Ja. Woher kriegen wir einen Pokal? Ich guck mal, was ich machen kann. Das Beste an einem eigenen Betonmischer ist, dass man... Papa, hast du einen großen Siegerpokal für unser Fahrradrennen bitte? Wie wichtig ist dieses Fahrradrennen denn? Es ist sehr, sehr, sehr wichtig. Ist der hier gut? Boah. Danke, Papa. Der ist aus Gold. Ja, aus Plastikgold. Oh. Ein Siegerpokal. Der ist aus Plastikgold. Boah. Dein Papa hat ja wirklich alles in seinem Laster drin. Jupp. Wer zuerst an Peppers Haus ist. Achtung, fertig, los. Nur auf diesen Knopf drücken und schon ist es weg. Oh. Ah. Und wenn Sie auf diesen Knopf drücken, können Sie CDs abspielen. Die Freunde sind alle gleichzeitig angekommen. Alle haben gewonnen. Aber wir haben nur einen Pokal. In meinem Laster sind Siegerpokale für alle. Hurra. Hurra. Die Luca-ikaner. Super. Super. Sehr-кеубpanne. Das war's. Okay. So, muy.